Das Highlight auf der diesjährigen Gewerbeschau in Steißlingen war natürlich der Hubschrauber. Man hat die Möglichkeit von Steißlingen nach Konstanz zu fliegen und das für 60 Euro. Da haben viele mitgemacht, vor allem die Jugend hat es dazu getrieben, die Eltern dazu zu bringen, dass sie mitfliegen dürfen. Das Fahrstuhlgefühl im Hubschrauber ist ein einmaliges Gefühl und Dennis hat es kennengelernt. Ich werde ihn jetzt fragen, er kommt gerade wieder zurück vom Rundflug von Konstanz. Die Begeisterung sehe ich im Shot von Weitem an und ich habe ihn natürlich interviewt. Er steigt gerade aus, ich muss noch warten und jetzt ist er da. Du bist gerade Hubschrauber geflogen, auch ich fliege Hubschrauber. Wie hat das Fahrstuhlgefühl? Also es war richtig cool, dann über Steißlingen, über den See, über den Bäumen zu fliegen, war richtig schön. Keine Angst, keine Flugangst? Ne. Super, machst du es wieder? Ja, auf jeden Fall, würde ich sehr gerne nochmal machen. Okay, danke, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020